Hallo ihr Lieben, was geht ab und herzlich willkommen zu einer Fortnite Duo Runde mit Sir Clue. Wir haben zwei Runden für euch vorbereitet. Ihr werdet selber sehen, wie die so gelaufen sind. Ich werde das einfach zusammenschneiden. Ja, viel Spaß bei dem Video. Danke fürs Zuschauen. Mach nochmal Stimmung hier. Er läuft weg. Du bist hier. Schmeidige Welle. Okay. Sollen wir Risky Reels? Ja, können wir machen. Kannst du eigentlich immer noch Shifty deinen Lieblingsspot zu droppen? Ich wollte nie Shifty. Ne, das war Pfeffer. Was war dein Lieblingsspot? Retail. Nee, Tilted. Immer Tilted. Und Solti, ja. Das sind die beiden Lieblingsspots, die ich habe. Jetzt habe ich etwas geöffnet hinter mir. Eieiei. Viele Leute. Ich steuere mitten in die Mitte. Ich muss jetzt hier irgendwo eine Waffe finden. Da ist etwas Grünes rechts. Ist das gut? Nicht gut genug. Ich nehme die in der Mitte, die Shotgun. Da ist eine Pump. Oh, da ist eine grüne Eier. K2. Oh, nice. Der Lecker. Einer ist noch hier bei mir aktuell im Haus. Ah ja, ich sehe es. Ich höre es. Er ist draußen. Ich bin 80. Oh, okay. Kam gar nicht erst zum Schießen. Jetzt sind sie on fire hier. Schick. Geil. Jetzt wird ich looten. Hier sind noch zwei 345. Von hinten kommen die. Kommen sofort. Da wo wir herkommen sind, kommen die. Ich hörs. Ich treffe nicht. Ah, da ist sogar noch einer. Jetzt pieken die nicht mehr. Dann treffe ich den nicht. Nice. Der Lecker kommt... Ja. Zweimal gehetet habe ich den. Ich schieße runter. Nein, für dich. Er hat noch eine Wand gebaut. Ich fahre. Jetzt fährt er. Warum fall ich? Aber er nicht. Noch mal getroffen. Nice. Ich sehe nicht mehr. Den musst du jetzt machen. Doch, der... Komm, er packt sich einfach durch meine Wand. Nice. Hab ihn. Stark. In der Ruhe liegt die Kraft. Tomato. Ah, da steht der, der wird snipen. Das war... Hab ihn niedergestreckt. Nice. Scheiße, die sind weit weg, ey. Die werden sich... Wiederbeleben. In die Hitte. Den anderen. Hab ihn. Ah, stark. Ah. Wenn man sich einmal nicht bewegt und nicht nach hinten guckt. Dann putz. Ich würde mich jetzt schon bewegen. Ja, ja. Schau, dass du... Ah, da hinten sind die. Die fighten. Vier Leute fighten. Kommt jetzt der Snipe des Todes von mir? Ah, ja. Ich sehe es. Warte, hier auf Südwesten höre ich auch noch Snipes. Was? Zweils. Oh mein... Ah, das hast du, oder was? Ja, das ist... Ah, da hinten. Ah, da hinten. Er läuft weg. Ein Hit. Keine Schilde mehr. Der ist weggelaufen. Der andere. Hast du Paketen, oder soll ich den Launcher wegschmeißen? Ah, hier ist sieben. Okay, danke. Der ist weggelaufen hinter das Haus irgendwo. Gern mir kurzes Bouncepad. Okay. Der wird sich im Weifer stecken, sage ich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist bei den LKWs da. Er läuft einfach die ganze Zeit weg. Mit dem Einkaufswagen. Komm schon, ey. Lol. Hab ihn. Ohoho, wieder direkt gekrefft. Jetzt die zwei, die vom Einkaufswagen. Wenn ich nah dran bombe, die ich mit Raketen. Die sind hier in der Hütte, oder? Oh, die schießen das auch. Ach, damit. Warte. Ey, pass auf. Wo sind die, Alter? Echt eklig. Jetzt hab er mich trifft und ich nicht. Ich brauche Hilfe, Alter. Pass, ich glaube jetzt kommt zurück zu dir, oder? Warte, bei mir sind Leute. Hier ist noch einer. Nein, ich konnte nicht schnell hin. Komm her. Ah, er ist in meine Falle gelaufen. Ich bin safe, ich bin safe. Ja, warte. Ne, du bist nicht safe, warte. Also ich meine, du kannst zubauen, du kannst zubauen. Scheiße, die kommen, du bist drin. Die kommen von beiden Seiten, ey. Ich gehe einfach durch die Wand. Schade, ey. 15 Kills. Die Runde war schon mal echt nice. Alter, da kamen sie plötzlich alle. Das waren die aus der Scheune. Die haben das gehört und sind direkt gekommen. Äh, ich droppe glaube ich in der Mitte. Okay. Ich droppe da rechts bei diesem Haus. Ich sehe gar keine Gegner. Ich habe noch einen großen Tank für dich. Nice. Oh, die kommen zu mir jetzt. Die kommt sofort. Ja, der botzt hier gerade hoch. Ich renne. Keiner liegt. Hier ist der 50er dran. Danke. War das der aus dem Osten oder? Ah ne, hier der andere ist hier hinter, ich bin draußen. Der ist bei der Tankstelle. Okay, der war instant. Okay, nice. Da steht zwei bei der Burgerbude. Das waren die nämlich nicht. Okay, die sind auch in die Richtung raus. Dann folge ich mal deren Spuren. Detektiv Mike ist unterwegs. Elite-Agentin. Commander, ich habe hier eine auffällige Treppe gefunden. Folge ihr. Bitte erlaubt uns zum Folgen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Oh, okay. Ah, hier unten sind die. Oh, sieben Hits schon, ey. Die sind beide schon am Arsch, Alter. Ja, ich push sie. Okay, warte, ich push sie. Bleib du ruhig da. Ja, die sind beide leider also nicht so gut. Ich sie einfach am. Du wirst sie sowas von absturben jetzt. Äh, nee. Nein, nein, überhaupt nicht mein Plan. Was war das denn? C4 oder was? Beidere? Was hast du den anderen? Achso, er hat sich selbst ausgenockt, der eine. Der eine hat sich selbst ausgenockt. Ja, moin. Mit C4. Okay. Sehr gut. Ah, ich sehe Gegner. Nordosten. Richtung, da auf dem Berg. Bist du zu snipen? Hm, ich habe keine Sniper. Ich habe ihn gehittet. Oh, nicer Hit. Okay, ich push sie. Der andere pusht mit. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen outbilden. Ich habe Bock. Komm, ein netter Building Fight bitte. Warte. Ich bin zweimal erwischt. Oh, der Gaylord spielt Minigun. Hä? Ich fahre schon. Der andere ist runtergefallen. Ich hole jetzt den mit der Minigun. Der ist super low. Ja, hol ihn dir. Okay, der ist schon mal rrrr. Auf den anderen. Nice. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht getroffen habe, als er da stand mit der Minigun. Ich habe da drauf geballert. Ich habe ihn auch nicht getroffen. Irgendwie. Der hat sowas von Buggy. Der steht da nur rum. Auf 30. Ich sehe keinen mehr 30. Bei 30. Bei der Treppe. Da. Nice. Beide. Oh, wow. Aber denkt dran, bei dem Berg auf 60. Da müssen wir hin. Ja, ja. Da sind die anderen zwei. Die holen wir uns. Aber die haben auf welche geschossen. Und hinter denen waren auch welche. Oh. Okay. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Wo sind die denn? Ah, ich höre sie. Ah, einer baut. Ich gehe auf den Berg. Ich gehe auf den Berg. Ich gehe auf den Berg. Warte ganz kurz. Ich komme sofort. Die sind bei Retail. Hast einen genockt von denen? Das ist nur noch einer. Ich habe jetzt einer. Beide Team haben nur noch einen einzelnen. Er hat ein HP. Okay. Ich höre mir den. Ich habe ihn. Auf 15 müsste noch irgendwo einer sein. Der Einzelne. Ja, ja. Bei der Tasche ein bisschen. Oh, nice. Ciao, Kakao. Die Zone in 12 Sekunden bewegt sich. Oh, da ist noch eine Kiste. Und ich finde natürlich das geilste. Ah, da unten. Noten. Wo? Haha, das war der letzte. TSV Ninja. Beobachtet mich gerade. Aha, aha. Eieieiei. Neun Kids am 13. Doch noch den Abschluss gefunden, Leute. Danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch die Runde gefallen hat. Ein bisschen ruhiger, aber dafür ein bisschen mehr Gameplay. Haut rein. Schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao.